Kurt Baller steht an seine Mutter, 15. Februar 1916. Liebe Mutter und Ilse, für eure letzten Grüße habt meinen besten Dank. Das Päckchen mit den kleinen Würsten ist angekommen, wofür ich herzlich danke. Am 13. und 14. war ich jeden Nachmittag bis abends 10 Uhr bei Vater und bin dann in unser Lager gegangen. Heute Abend wird Vater wohl zu mir kommen. Ich hoffe schon zum Abendbrot, wo ich ihn mit den frischen Würsten bewirten will. Morgen früh muss ich nämlich schon um 5 Uhr aufstehen, da wir wieder in Stellung rücken. Gestern wie die Tage vorher war ein ganz schreckliches Sauwetter und heute ist es stur mit Sonnenschein, sodass es tadellos abtrocknet. Hoffentlich wird es nun endlich Frühling, den wir alle herbeisehen. In letzter Zeit war ziemlicher Betrieb in unserer Gegend, was ja auch alles in der Zeitung gestanden hat. Wie der französische Graben am 12. in die Luft gesprengt wurde, waren wir gerade im Graben, sodass ich alles miterlebt habe. Es war für uns alle eine Genugtuung, dem Franzmann mal ordentlich eins auswischen zu können. Die gefährlichsten Ecken sind in die Luft gegangen, sodass er wohl für einen Augenblick genug hat. Vater wie mir geht es recht gut. Vater stöhnt jetzt immer wieder, er würde zu dick, ist aber trotzdem noch recht tüchtig. Da meine Strümpfe jetzt fast alle in zwei gehen, so möchte ich dich bitten, liebe Mutter, mir zwei Paar dicke, aber recht kurze und zwei Paar dünne Strümpfe zu schicken. Ferner möchte ich ein paar Lederne Handschuhe haben in Braun, recht starkes Leder. Ich glaube, ich habe Nummer 7,5. Dass ich Schnürsenkel haben wollte, habe ich ja schon einmal geschrieben. Ferner bitte ich noch um dünne Unterhosen und Hemden. Was dann alles gekostet hat, schreibst du mir bitte, damit ich dir das Geld schicken kann. Sei du und Piene herzlichst gegrüßt von deinem treuen Sohn Kurt. Sohn Kurt.